Hey Leute, hier kurzer Test. Sagt einfach nur mal kurz, wie das so im Gesamten geworden ist, weil ich die Instrumental echt voll zerlegen musste und sowas. Also herstellen musste. You shouldn't somehow realize what you're gonna do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the world was on the street and the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Wie ist das jetzt? Übrigens, ich muss, ich habe das jetzt gerade nachsynchronisiert, weil die scheiß Webcam behindert ist. Und ich kann auch die Farbe nicht einstellen. Ist doch ein Fick, oder? Egal. Es grauschelt halt arg, weil ich die Stimme entfernen musste und sowas. Und das ist kacke. Aber ich würde es gerne machen, weil es irgendwie gefällt mir. Na ja.